Hallihallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen gediegenen Runde Minecraft Hunger Games. Ich bin hier auf dem Server von Zombay. Normalerweise spiele ich meistens auf dem von Debitor, aber bei Zombay ist ein bisschen mehr los. Ich warte hier noch bis es los geht. Wir sind etwa 10 Leute. Äh, zwar nicht so viel, aber, naja, auf dieser Map hatte ich bisher immer nur gute Erfahrungen. Das da ist eigentlich meine Fav-Map. Ah, jetzt sind wir 10 und das Spiel beginnt. Wir haben gleich ein geiles Lied. So, wir machen hier schon mal den Sprint. Ah, shit. Da ist nix drin. Scheiße. Nix gefunden. Ich geh mal da durch. Obwohl ich da nicht, äh, weiß wo eine Kiste wär. Aber egal. Hauptsache weg vom Getümmel. Einfach mal weg hier. Los. Zack, zack. Verfolgt mich einer. Da drüben ist einer. Grace Periode has ended. Na, da geh ich mal zu den Waggons da hinten. Da war ich nämlich noch nie. Wenn man da überhaupt hin kann. Ich hoffe es natürlich. Ich habe noch nicht so viel Maha Games gespielt, aber habe meistens relativ gut abgeschnitten. Und da hat es den ersten erwischt. Oder schon die ersten zwei. Da hinten ist einer. Gehen wir mal rauf. Wie komme ich denn hier rauf? Irgendwo eine Kiste. Geh in eine Kiste. Irgendeine mit einem Schwert drin. Ist mal, scheißegal, was für ein Schwert. Hauptsache ich bekomme eins. Come on. Ah. Ne, das geht nicht. Verdammt. Dann gehe ich zu dem Haus da drüben. Aber lieber hier durch den Wald. Und vielleicht finde ich ja eine Kiste. Ich brauche eine Kiste. Komm schon. Ja, ich werde versuchen. Ich habe ja jetzt die Vollversion von Minecraft gekauft. Werde probieren immer wieder mal ein bisschen Hunger Games hochzuladen. Und da ist Lava. Ja, das kannst du sogar zumachen hier. Und es leben nur noch acht Spieler. Und ich will eine Kiste, Junge. Nein, hier oben ist natürlich keine. Vielleicht sehe ich von hier eine. Oh, da drüben ist ein Spieler. Ist gar nicht gut. Ich lieber wieder rein. Komm schon. Ich habe nicht mal was zu essen. Äh. Alles klar. Dann renne ich mal. Ne, rennen ist nicht gut. Ich gehe mal da nach drüben. Oh, ich hoffe die Musik ist nicht zu laut. Da ist die Kiste. Die ist sicher schon leer. Nein, es ist nicht leer. Jawohl. Ein Holzschwert und goldenen Apfel. Oh, danke. Wenigstens etwas Lederrüstung. Da drüben haben wir einen. Ne, da kämpfe ich mal lieber noch nicht. Da habe ich noch eine Truhe gesehen. Da drin. Aber die wurde bestimmt schon aufgemacht. Nein. Steak. So, dann kann ich das, was ich nicht brauche, mal hier reinschmeißen. Das hier. Melone. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist zwar nur Leder, aber es ist doch immerhin etwas. Und ich nehme hier mal ein Stay. Äh, gespratenes Schweinfleisch. Tut mir leid. So, hier oben ist bestimmt nichts mehr. Ne, dann gehe ich mal raus hier. Bevor noch jemand reinkommt. Da ist noch eine Kiste. Ja, ohne Inhalt. Da oben ist noch... Habe ich noch mal eine gesehen. Die da oben. Aha, eine Enderperle. Eine Enderperle. Und die Mütze. Enderperle nehme ich mal da rein. So. Haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Gegner? Da vorne sind zwei. Der hat ein Goldschwert. Der hat ein Goldschwert. Ich bin weg. Ne, der hat ein Goldschwert. Da lege ich mich nicht mit ihm an. Wenn er ein Goldschwert hat. Ah, nein, nein. Aha. No, no. I'm not that stupid. Ich hätte... Ja. Enderperle ziemlich gut. Oh, noch fünf Spieler. Noch fünf Spieler. Okay. Oh, noch fünf. Und ich habe hier ein Goldschwert. Und dann geht's mir vor. Und dann geht's mir vor. Ich bin mal das Pilot. Und dann geht's mir vor. Vielen Dank.